In den heutigen Vivi News schauen wir uns auf jeden Fall die Drop Details an für den kommenden Star Wars NFT Drop. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten beiden Comic Drops an auf Vivi. Unter anderem ein Tarzan Comic dabei und ein Star Wars Comic. Und ich gehe auf jeden Fall darauf ein, wie ihr bei dem Guardians of the Galaxy Giveaway mitmachen könnt. Auch wenn ihr aus Deutschland seid, das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi Videos, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen würde ich sagen, wenn dir auf jeden Fall mein Kanal gefällt, solltest du den definitiv abonnieren, denn so verpasst du kein weiteres Video oder keinen weiteren Livestream von mir. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns aber die heutigen Themen mal ganz genau an. Starten würde ich sagen, tun wir an dieser Stelle mit dem spannendsten Drop und zwar ist der ganze Drop tatsächlich auch schon heute. Und zwar ist das nämlich Luke Skywalker und zwar sehen wir nämlich hier das Ganze mit drei Editions von ihm selber um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und das Ganze natürlich im Blindbox-Format wie immer. Wir sehen an dieser Stelle hier, wie gesagt, insgesamt drei Charaktere. Einmal ist das Ganze hier animiert mit Sound und zweimal ist das Ganze statisch. Als allererstes haben wir hier die Rare, die ist animiert mit Sound und dort wird es eine Editionzahl von 3977 Stück geben. Außerdem einen Listenpreis pro Blindbox von 60 Gems geben. Das Ganze ist außerdem eine First Appearance und macht das Ganze dementsprechend relativ interessant. Ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass es hier unter Droppreis landen könnte. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir hier bei 20 bis 10 Gems landen, sondern eher wahrscheinlich bei 30, 40 oder auch 50 Gems liegen könnten nach dem Drop. Denn ja, es ist halt eine relativ hohe Edition-Auflage und vielen gefällt auch tatsächlich hier das Gesicht nicht wirklich. Obwohl ich da sagen muss, dass es sogar noch relativ in Ordnung ist. Es ist jetzt nicht das schönste Gesicht, aber nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach geht es auf jeden Fall deutlich, deutlich schlimmer. An sich gefällt mir aber das NFT bzw. Collectible schon mal sehr, sehr gut. Schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten Collectibles an. Als nächstes haben wir nämlich hier eine Ultra Rare, das Ganze statisch. Und hier haben wir eine Editionzahl von nur noch 925 Stück. Man muss natürlich immer an dieser Stelle noch berücksichtigen, da werden nochmal die Editions abgezogen, die VW bzw. der License vor sich selber einbehält. Das heißt, nochmal deutlich weniger als 925 Editions. Das Ganze ist natürlich auch wieder eine First Appearance und ist an dieser Stelle ein ziemlich interessanter Drop. Außerdem haben wir da noch eine Secret Rare und das Ganze wird nur insgesamt 519 Editions haben. Natürlich hier mit auch deutlich weniger natürlich dann wieder. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr spannender Drop. Schreibt mir sehr gerne mal unten in die Kommentare, ob du den ganzen Drop mitnimmst oder nicht. Ich persönlich werde mir eine Blindbox holen und dann auf jeden Fall eine Secret Rare ziehen. Nein, Spaß beiseite, ich versuche da auf jeden Fall mein Glück. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Schreib mir sehr gerne deine Meinung unten in die Kommentare. Als nächstes haben wir dann den Comic Drop von Tarzan, den wir hier sehen, nämlich Tarzan of the Apes 210. Und das Ganze wird hier wieder am heutigen Tag gekommen, sogar schon um 21 Uhr deutscher Zeit. Und das Ganze wird hier natürlich wie immer Blindbox Format sein, mit exklusiven Rare und auch Ultra Cover natürlich wie immer. Und das Ganze wird an dieser Stelle hier einen Listenpreis von 7 Gems haben und eine Edition von 5500 Stück. So eigentlich fast wie immer. Letztes Mal war es auch relativ wenig. Ja, insgesamt muss man sagen, ein Drop, den man einfach mögen muss. Ansonsten ist es relativ unrelevant. Persönlich werden wir wahrscheinlich einfach nur die Rare holen, weil dann habe ich nämlich die drei goldenen Cover schon mal. Aber ansonsten, ja, seht ihr hier eine 9.8 für gerade mal 36 Dollar. Ist natürlich aus 2011 gewesen, aber hier zum Beispiel 9.6 2020 für gerade mal 39 Dollar. Also wir haben hier wirklich preislich überhaupt keine Bewegungen. Auch im gegradeten Bereich dementsprechend. Für mich persönlich, was das preisliche angeht, definitiv ein No-Go. Als nächstes haben wir dann noch ein weiteres Comic und das ist nämlich aus der Star Wars Episode, beziehungsweise Star Wars Thrawn. Hashtag 1, es tut mir leid, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Aber ja, das ist auf jeden Fall der nächste Drop, den wir sehen werden an dieser Stelle. Oder vielen Star Wars Fans auf jeden Fall unter anderem auch bekannt. Und das Ganze werden wir an dieser Stelle hier natürlich mit, ja, diesen Covern einmal sehen. Mir persönlich gefallen die Cover an dieser Stelle überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz hat das Ganze auf jeden Fall aber einen Listenpreis von 7 Gems und eine Editionzahl von 10.000 Stück. Ja, an dieser Stelle ist das auf jeden Fall etwas, was man auch wieder mögen muss. Genauso wie das Tatsa-Comic. Preislich sind wir hier auch bei relativ moderaten Preisen und 9.8 Grad mal für 190 Dollar. Ja, muss man einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ist auch 2018 erst erschienen, also so alt ist das Comic an dieser Stelle dann auch noch nicht. Als nächstes, wenn ich jetzt schon deine Aufmerksamkeit habe, würde ich dich auf jeden Fall sehr gerne einladen, heute Abend um 19 Uhr deutscher Zeit auf den Kanal vom Viviversum zu kommen. Dort sind wir nämlich um 19 Uhr deutscher Zeit live zusammen mit Jan, auch unter anderem schon ein Vivi OG und werden uns auf jeden Fall ein bisschen austauschen. Nicht nur über die deutsche Community, sondern natürlich auch allgemein über Vivi. Kommen sehr gerne, wie gesagt, vorbei um 19 Uhr deutscher Zeit. Als nächstes habe ich hier auf jeden Fall nochmal ein paar Infos zum kommenden Guardians of the Galaxy Drop, beziehungsweise der Giveaway von Vivi mit dem Ticket-Rausgeber. Und ja, an dieser Stelle habe ich auf jeden Fall hier erstmal den Link für euch, wo ihr das Ganze überhaupt machen könnt. An dieser Stelle muss man ganz klar sagen, es ist natürlich auch, wie es hier nochmal drin steht, wirklich nur für US-Bürger. Dementsprechend darf man natürlich eigentlich auch nur als US-Bürger mitmachen. Man kann natürlich hier seinen Namen eingeben, seine E-Mail-Adresse. Das wird jetzt keinen Aufschluss geben, wo man herkommt, aber ja, da muss man natürlich eine Postleitzahl eingeben. Und hier könnte man natürlich möglicherweise einfach eine Postleitzahl eingeben. Aus Amerika definitiv nicht die deutsche angeben, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Aber das könnte man natürlich machen. Es entspricht dann natürlich nicht ganz den Regeln, aber ja, im Endeffekt kann das nicht wirklich jemand überprüfen. Ich möchte jetzt hier niemanden anstiften, das nachzumachen. Aber das ist auf jeden Fall Fakt. Und dementsprechend, ich wünsche euch auf jeden Fall, falls ihr das Ganze machen sollt, viel Glück. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video doch sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf heute Abend. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.